Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Runde QSG mit... Okay leider, muss ich zugeben. Ich habe keine Freunde. Nein Leute, natürlich ist es nicht der Fall. Aber Leute, da ich einfach mal wieder Bock hatte QSG zu spielen... Und Leute, ich werde jetzt meine Videos ein bisschen unterhalb zusammen gestalten. Nein! 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 Und da sind wir in der dritten Runde. Hä? 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 Was? Hallo Leute und da sind wir in der vierten Runde mit... Oh bitte nicht. Okay leider, weiß nicht, musste ich jetzt wieder zunehmen, da ich ja irgendwie am Anfang keine Freunde hatte. Okay. Bin oben. Hey du Kuhnsohn! Oh nee, ist Dreck! Ich weiß! Wer lacht denn noch Dreck? Dreck! Dreck! In der Tat! Ja, ich esse dann mein... mein Brot, ne? Was essen? Also... In Gaming. Salami Semmerle ist gut. Ist gut. Ist gut. Äh, und da sind wir jetzt auch in der nächsten Runde beim Ausflug Gaming. Hey, halt das Maul. Halt das Maul! Halt das Alter der Schnauze! Das ist das Team verboten bei dir, ne? Renn, renn, renn alle! Okay! Shit! Ich krieg keine Hits. Ich bin hier! Der Typ... Ich schwöre, der Typ ist komisch, Alter. Was? Nein! Nein! Doch! Äh, cooler Nick, ne? Welcher? Weil mein Ruf kaputt geht! Kaputt! Nicht deiner! Weil mein Ruf kaputt geht! Nicht deiner! Komplett rein geh ich und ich bin tot! Neue Runde, du Hurensohn! Mach deine Neue, Mann! Nein! Eskalation! Eskalation! Aua! Das bin ich! Was du hast? Ups! Was? Halbes Herz! Nein! Leute, wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst auf alle Fälle keine Positivierung da! Dann würde ich sagen, Leute, ja komm, sperkt ab! Und dann halt die Fresse, du Hurensohn selber! Okay! Kein Bock mehr! Tschüss! Hau rein!